Hallo bei Outdoor Notizen.de. Wieder steht ein Fiat 500X vor der Kamera. Den gab es ja vor nicht allzu langer Zeit mit dem 150 PS Benzinmotor. Der steckt auch hier drin, so viel sei schon mal verraten. Einige von euch hatten ja gefragt, gibt es nicht mal vom City SUV der 500er Baureihe ein Abarth-Modell. Nein, das wird es nicht geben, aber Fiat bringt jetzt zusätzlich zum Urban und zu den Cross, also Cross und City Cross Varianten, den Fiat 500X als Sportmodell auf den Markt. Der unterscheidet sich optisch schon mal von den Brüdern. Er kriegt einen neuen Stoßfänger vorne, breiter hier mit großem Lufteinlass unten. Dann gibt es hier diese grauen Einlagen um die Nebelscheinwerfer. Auch hier um das Fiat-Emblem grauer Einlagen. LED-Scheinwerfer sind hier verbaut. Ebenso grau sind die Leichtmetallfelgen. Serie sind 18 Zoll, hier haben wir 19 Zoll Felgen, die es als Option gibt, verbaut am Testwagen. Das Sportlogo darf natürlich auch nicht fehlen. Wir haben graue Außenspiegelkappen und Türgriffe. Andere Seitenschweller, die auch das Auto optisch tiefer und breiter wirken lassen. Und am Heck gibt es einen neuen Heckstoßfänger mit Diffusor. Unten sehen wir hier das Doppel-Endrohr. Die Griffleiste hier ist auch grau. An der Hardware ändert sich natürlich primär nichts. Wir haben einen 350 Liter großen Kofferraum. Das Auto ist knapp 4,27 Meter lang. Hat damit natürlich jetzt in dieser Boom-Klasse auch Konkurrenten wie ein VW T-Roc. Aber nehmen wir auch mal, die dann vielleicht ein bisschen größer werden. Kia Exit, Mazda CX-30 und so weiter. Mit denen er sich dann hier um die Kunden natürlich bemüht. Und im Innenraum bleibt der Fiat 500X sich soweit auch treu. Ich gehe mal rein. Nachdem er sich treu bleibt, ist er hier nicht der geräumigste. Ich bin die meisten von euch wissen, das ist 1,92 Meter groß. Ich habe die Vordersitze auf meine Größe eingestellt. Passt dann hier schon rein. 500 Kilometer würde ich jetzt nicht reisen wollen. Aber die Bank ist schön hoch montiert. Man sitzt also mit wenig Winkel in den Beinen. Deswegen bequem. Die Füße passen gut unter die Vordersitze. Die Kopfstütze ist auch weit genug ausziehbar. Aber das Dach fällt ja nach hinten ein bisschen ab. Wir haben ja fast so eine SUV-Coupé-Form. Die Kopffreiheit ist dann nicht ganz ideal für meine Körpergröße. Hier sind Ledersitze. Im Auto montiert es. Fasst sich sehr, sehr gut an. Es gibt eine USB-Steckdose. Immerhin für die Passagiere hinten kann man sich also hier entweder abwechseln mit dem Stromladen fürs Handheld oder einen Adapter kaufen. Und ISOFIX ist hier ohne Kappe oder Klappe. Sondern man muss es dann hier durchschieben. Aber dafür ist der ISOFIX-Bügel relativ leicht erreicht. Eine Mittelarmlehne gibt es nicht. Aber die gibt es vorne. Und wie es vorne so aussieht, das schauen wir euch mir auch noch an. Im Innenraum gibt es auch graue Elemente. So wie außen an der Karosserie. Also dieses Dashboard hier, das ja in der 500-Familie in vielen Farben existiert. Hier eben in Grau. Auch auf der Mittelkonsole gibt es hier ein neues Dekor. Mit dieser silber-dunkelgrauen Optik. Allradantrieb ist für den 500X Sport nicht vorgesehen. Darum hier eben diese X-Plakette anstatt des Drehreglers. Das Lenkrad kennt man im Prinzip auch aus dem bestehenden Modell. Das ist jetzt hier unten abgeflacht. Hat hier rote Nähte im Leder. Und fasst sich sehr schön an. Materialien können sie ja, die Italiener, wie das sein. Hier diese Alcantara-Elemente, dort wo man die Hände hat, eben auf der Viertel-Vor-Drei-Position. Das ist schon sehr, sehr schick. Die Instrumente kennt ihr und ich auch vom 500X. Analoger Tacho- und Drehzahlmesser. In der Mitte gibt es dann hier ein digitales Display, was sich eben dann über das Multifunktionslenkrad in verschiedenen Stufen einstellen kann. Kann man dann Bordcomputerdaten, Navigationsdaten und so weiter hervorrufen. Mit dem DCT, was hier verbaut ist, das Doppelkupplungsgetriebe. Das ist Teil des 150 PS Benziners im 500X. Da gibt es Schaltwippen am Lenkrad. Die Motoren erziele ich dann während der Fahrt. Wir haben ein 7-Zoll-Infotainment-Display. Das gibt es schon seit einigen Jahren. Das ist natürlich auf dem aktuellen Stand. Das hat TomTom-Navigationsdaten hier drin. Uconnect heißt es bei Fiat. Aber es wirkt halt mittlerweile einfach schon ein bisschen alt und angestaubt. Auch sehr klein. Aber ein größeres Display würde heißen, neuer Hardware. Also ich müsste hier das Armaturenbrett verändern. Und da ist gerade das Budget oder der Wille nicht da. Also das Display, wie gesagt, fast schon auf Smartphone-Größe dieser Tage. Aber soweit alles ganz gut bedienbar. Dann haben wir hier große Tasten einmal für den Start-Stop-Deaktivierung. Warm-Link-Schalter und hier unten die Klimaanlagenbedienung. Auch alles bekannt. Zwei USB-Steckdosen. Eine für die Connectivity. Also Apple CarPlay, Android Auto ist hier mit drin. Und eine zum Laden. Die Sitzheizung auch hier unten. Die Sitze selber sind schön hoch montiert. Eben typisch City-SUV. Die Kopfschützen gehen auch weit genug raus und sind, ich sage dir das auch, im Fahrbericht zum 500X Citycross brutal hart. Wenn du hier länger fährst und das Fahrwerk dann so halpert und dein Kopf, der mal anhört, dann nervt es echt ein bisschen. Mal schauen, wie das hier bei dem Fahrwerk ist. Denn der 500X, der hat ein überarbeitetes Fahrwerk mit FSD-Dämpfern. Also die sind Frequenzselektiv, stellen sich dann um. Man kann selber nichts umstellen, sondern die Dämpfer. Man kennt das schon von Abarth-Modellen. Und ich bin natürlich gespannt, wie sich das anfühlt beim Fahren. Und das ist auch somit der Hauptgrund, den 500X Sport jetzt auch mal zu erfahren. Es gibt nur die stärkeren Motoren des 500X Programms für den Sport. Das sind einmal der 1,6 Liter Diesel mit 120 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe oder 6-Gang-Doppelkupplungsautomatik. Den 1 Liter Benzine mit 120 PS mit 6-Gang-Getriebe und hier verbaut der 1,3 Liter GSE. 150 PS, klar aufgeladen, der kommt immer mit dem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Den scheuche ich jetzt hier gerade über recht schmale Bergsträßchen außerhalb von Florenz, den Berghoch. Jetzt haben wir gerade hier so einen Schalldrucken gemerkt. Das DCT muss hier natürlich jetzt kämpfen und überlegen, was ist die richtige Übersetzung für meinen Gasfuß. Aber auf den Straßen kann man jetzt eben das Fahrwerk auch ganz gut testen. Das sagte ich ja schon. Der hat das FSD-Fahrwerk hier verbaut, der 500X Sport. Also diese frequenzselektiven Dämpfer, die man auch von Abarth kennt. Und auch damit wird er keine Sänfte. Das Auto schaltet dann also je nach Fahrzustand um zwischen straff und hart. Bis sehr straff und sehr hart. Komfortliebhaber werden sich natürlich eh kein Sportmodell kaufen. Und die sind ja beim 500X aber eh an der leicht falschen Adresse, wie ich finde. Aber im Gegenzug macht er natürlich seinem Namen alle Ehre. Er ist durchaus ein fit jedes Bürschchen. Der Motor ist ausreichend kräftig. Das Getriebe schaltet nicht immer wirklich zum perfekten Zeitpunkt. Wie jetzt zum Beispiel, ist es zu lange im hohen Gang verharrt. Aber ich kann ja, wenn ich Lust habe, jetzt hier mit den Schaltplippen eingreifen und selber schalten. Und dann kommt man hier schon ganz gut den Berg hoch. Macht also durchaus Laune und ist dann schon so ein Fahrspaß-City-SUV, wenn man das jetzt hier noch mal so titulieren darf. Der Motor selber beschleunigt den 500X auf der Autobahn auf 200 kmh. 9,1 Sekunden ist der Wert für die Beschleunigung 0 bis 100 kmh. Also ausreichend kräftig. Und ja, eben Fahrspaß mit angeschärften Bisseilen. So könnte man das jetzt hier ganz gut titulieren. Also ausreichend kräftig. Den Fiat 500X gibt es als Basis der Baureihe ab 19.190 Euro. Der Sport als Topmodell sitzt da, wie ich es ja sagte, obendrauf. 23.490 Euro ist der Grundpreis mit dem 120 PS Benziner. Hier mit dem 150 PS 1,3 Liter DCT geht es los bei 26.290 Euro. Dazu kommen die 19 Zoll Leichtmetallfelgen. Die Farbe wird gewisse Aufpreiskosten in Deutschland. Die rote Verführung Rosso Solutione exklusiv für den Fiat 500X Sport erhältlich. Ja, was ist so mein Fazit zum Auto? Der Fiat 500X ist mittlerweile fünf Jahre alt. Das ist eigentlich ein Alter, wo man bei einem Auto denken würde, jetzt wäre es ja mal Zeit für Nachfolger. Nachfolger, FCA, kennen wir ja auch von der normalen 500 Baureihe, die nächstes Jahr endlich mal Nachfolger bekommt. Die zieht das immer in die Länge, auch natürlich aus Budgetgründen. Und schafft es dann hier schon mit dem Sport jetzt noch so einen neuen Akzent zu setzen für ihr kompaktes SUV. Und kann damit vielleicht schon ein paar Kunden begeistern, die ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen für ihr Auto, einen besonderen Stil zeigen wollen und damit dann eben auch höhere Preise und damit eine höhere Marge erzielen. Es ist ein hart gefedertes Auto. Das muss man eben mögen, muss man auf jeden Fall mal Probe fahren. Das Infotainment ist eigentlich relativ modern, wirkt aber nur so klein wegen des kleinen Displays. Und ja, die Konkurrenz wird größer und größer und größer, moderner, moderner, moderner. Den Fiat 500X, den nimmt man sich schon, weil man eben die Form mag, den Stil mag und eben auch den sportlichen Charakter des Autos. Dann würde ich auch sagen, mit dem 150 PS Motor, wenn schon, denn schon. Das ist meine erste Meinung zum Fiat 500X Sport. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Den Fahrbericht verlinke ich wie immer bei autonotizen.de. Unten steht der Link. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Danke an Jan von der Autotester fürs Filmen. Und bis zum nächsten Mal bei Autonotizen. Ciao. Ciao.